Die Versa SW ist das Nachfolgermodell der Pronto KE, sprich eine 6 Meter breite gezogene kreislegende Kombination mit einem 4.000 Liter Einzeltank oder 5.000 Liter Doppeltank. Wir haben hier verschiedene Packeroptionen, dass wir eben auch hinten verschiedene Säschienen anbauen können. Eine Maestro RVRX, Taro SL, Sprinter SL, alles Neuheiten auch hier von der Messe und vor allem die Versa 6 SL, unsere 6 Meter breite Kreislege, ganz einfach in der Handhabung, Tiefenbestellung der Kreislege, sehr tiefer Schardruck, alles ganz einfach mit unserem Universalwerkzeug möglich. Ziel dieser Maschine ist es, vor allem unter nassen, widrigen Bedingungen, unter schweren Aussaatbedingungen zu drillen und hier auch die Zeitfenster,